Erstmal ein Dankeschön nach Göttingen. Wir waren am 10.11. in Göttingen auf das Erste Familienstellen. Wir waren eine wunderbare schöne Runde und es war wie überall und wie immer sehr heilend, sehr emotional. Es wurde geweint, es wurde gelacht. Das Gefühl des Lebens kam wieder hervor und dafür danke ich alle, die dabei waren und die sagen, ich habe Interesse gefunden, ich habe Lust und ich möchte was heilen in meiner Seele. Der wäre am 19. Januar 2019 wieder in Göttingen eingeladen. Und anzumelden ist immer unter den gewohnten Adressen, einmal Nicole Busch und einmal Silvia Dänicke. Ich möchte hier nochmal auf vollem Herzen sagen, danke, dass ich bei euch sein durfte und danke für diesen wunderbaren schönen Tag in Göttingen. In der Seele heilen ist das Motto. Bis dato verbleibe ich, euer Robert Gerhard. Ciao. 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 Ciao.